Schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um das Thema Beziehungen und Hochsensibilität. Und wenn ich mich ein paar Jahre zurück erinnere, da war es bei mir so, ich hatte eine Riesenangst, mich auf Beziehungen einzulassen. Also es war wirklich eine Grundangst, dass ich dachte, Menschen wollen nicht, dass ich ich selbst bin. Und auch die Frage, darf ich überhaupt existieren? Darf ich da sein? Darf ich auch mit dem, was ich wahrnehme, da sein? Und auf der anderen Seite war eine riesige Sehnsucht danach, in Kontakt mit Menschen zu sein und auch da sein zu dürfen. Und Verbundenheit zu erfahren, statt die ganze Zeit mich isoliert und einsam zu fühlen. Ach so, noch eine Ankündigung. Ich mache hier Mitte Dezember eine Videoserie, wo ich die Tools teile, die ich in Workshops bisher nur geteilt habe. Also drei einfache Tools, die du nutzen kannst, um deine Beziehungen zu transformieren. Das heißt, statt Konflikt, Verständnis, Gegenseitiges, Verbundenheit und Entspannung und Frieden. Und statt Distanz und ich fühle mich komisch und Smalltalk und wir begegnen uns gar nicht richtig, eine tiefe Begegnung. Und ich bin überzeugt, dass wenn alle Menschen diese Ebene der Kommunikation kennen würden, dass es da wesentlich weniger Kriege und Konflikte gäbe. Deswegen, wenn dich das interessiert, trag dich unten ein. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist, weil das gibt es nicht auf YouTube. Das ist exklusiv auf meiner Webseite, da teile ich das. Und dann sehen wir uns vielleicht da. Ja, der Punkt ist natürlich, ich habe mich erst dadurch isoliert und einsam gefühlt, dass ich selbst mein Herz zugemacht habe, aus Angst heraus verletzt zu werden. Oder aus Angst heraus, dass meine Angst bestätigt wird, dass mir andere rückmelden, ja, du darfst wirklich nicht da sein, das wäre nicht gut. Und ja, das ist kein schöner Zustand, kann ich sagen. Es ist für mich nach wie vor ein Prozess, durch diese Ängste zu gehen. Also auch diese Angst, nicht existieren zu dürfen, kommt immer wieder hoch. In dunkleren Zwiebelschalen, nenne ich es mal. Und jedes Mal kann ich es einfach nur zulassen und fühlen. Und dann klärt es sich. Und dann zeigt sich auch im Außen, ich darf da sein. Und es bestätigt sich. Es gab die Frage, kannst du was zum Thema Bindungsangst sagen auf YouTube in einem Kommentar. Danke dafür, das möchte ich auch hier aufgreifen. Und ja, mit Bindungsangst sehe ich, da sehe ich letztendlich genau das gleiche Thema dahinter. Das heißt, wenn ich glaube, dass ich nicht da sein darf, dann habe ich auch Angst, mich zu binden oder mich einzulassen. Weil wenn ich mich einlassen würde, dann wäre ich ja da. Und das ist als erstes ein mich einlassen auf mich selbst, gar nicht mal auf ein Gegenüber, sondern erlaube ich mir da zu sein, sage ich Ja zu mir. Und wenn ich Ja zu mir sage, dann kann ich auch erst Ja zu einem Gegenüber sagen. Und dann kann ich mich auch in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung erfahren und das als angenehm empfinden. Und dass es ein Spiegel ist, den ich vorgesetzt bekomme von Das bin ich. Das ist wunderschön. Ich bin glücklich darin. Wenn ich das Gefühl habe, ich darf nicht da sein und wenn ich Angst habe, mich einzulassen, dann kriege ich den Spiegel vorgesetzt, der mir genau das bestätigt. Nämlich das, was auch immer an Ängsten getriggert wird, an Gefühlen. Und ich sehe, dass es einfach, dass in einer Partnerschaft, in einer festen Beziehung erst der Raum entsteht, dass ich an tiefere Punkte komme, wo ich so verletzt bin durch irgendwas, was früher passiert ist. Oder wo ich irgendwas missverstanden habe, wo ich eine Erfahrung gemacht habe früher, die nicht wahr ist, sondern die wehgetan hat. Und erst in einer Beziehung geht bei vielen dieser Themen, glaube ich, der Raum auf, mich darauf wirklich einzulassen, dass da wieder die Liebe hinkommen kann, dass das heilen kann. Weil wenn ich mich nicht darauf einlasse, wenn das so ist, heute bin ich hier, morgen bin ich da, dann schwebe ich einfach an der Oberfläche herum. Dann geht es einfach, dann kann es gar nicht tief gehen. Oder beziehungsweise nur bis zu einer gewissen Tiefe. Und ist alles gut damit, schau einfach, was du willst. Was ich sagen kann, ist, dass in dem Moment, wo ich mich auf eine wirklich tiefe Beziehung einlasse, und das kann sowohl Partnerschaft sein, als auch beruflich etwas, zum Beispiel diese Videoserie, die ich gerade drehe, die Mitte Dezember rauskommt, oder ein Hobby, zum Beispiel Musik. Also es ist die Beziehung, ich meine, wir Menschen leben in Beziehungen, also die Beziehung zu mir selbst, zu anderen und auch zu Hobbys, zu Beruf, zu Gegenständen. Was wollte ich sagen? Ja, in dem Moment, wo ich mich wirklich einlasse, was dadurch auch passiert ist, dass Reizüberflutung, beziehungsweise Überforderung durch Reizüberflutung wegfällt, weil ich mich einfach für eine Sache entscheide, und sage, ich mache diese Sache und die richtig. Und dann geht es auch nicht mehr darum, weil früher hatte ich den Gedanken, ich will frei sein. Ich möchte so frei sein, dass ich alles erkunden kann und alles, ja, um die ganze Welt reise. Und ich bin so frei, dass ich nichts von dem allen wirklich tief erlebe, weil ich eben nur an der Oberfläche bin. Und gerade lasse ich mich aufs Gitarrespielen ein, also darauf Gitarrespielen zu lernen, und auf die Musik viel tiefer. Und da ist es genauso wieder. Es kommt eine Menge Frust hoch, es kommt eine Menge Kram hoch an Gefühlen und an, ja, unangenehmen Sachen. Und gleichzeitig klärt sich das und mein Herz fängt immer mehr an zu strahlen. Und die Liebe zu, zum Beispiel zur Gitarre, wird immer größer über die Zeit. Gerade ist eine Frustphase. Ich hoffe, die geht vorüber. Ja, aber da ist eben auch die Sache, dann nicht aufzugeben und nicht aufzuhören, sondern zu sagen, diese Sache ist mir so wichtig. Das habe ich dann neulich gemerkt. Da war ich abends dann ziemlich traurig, weil es ging nicht voran im Gitarrespielen. Ich bin irgendwie steckefest und habe aber dahinter diese so tiefe Sehnsucht gespürt, dieses Instrument spielen zu können. Und nicht nur spielen zu können, sondern mich einfach damit zu beschäftigen und Fortschritte zu machen. Dass ich gemerkt habe, ich kann das einfach nicht loslassen. Oder es lässt mich nicht los, ich will es nicht loslassen, aber auf eine schöne Art und Weise. Also da gibt es etwas, was mir wert ist, all diese Herausforderungen anzunehmen, all denen zu begegnen und mich meinem inneren Schweinehund zu stellen, meinen Ängsten, weil dahinter einfach so etwas Schönes liegt. Und wenn ich jetzt sage, heute spiele ich Gitarre und morgen Klavier und übermorgen Cello, dann komme ich nie an diese Punkte. Dann bleibt mir das einfach verschlossen. Und ich entdecke gerade darin eine wesentlich größere Freiheit, als in dem ich bin frei von allem und schwere rum, in dem ich mich einlasse. Also da liegt für mich eine viel, viel größere Freiheit inzwischen, als in diesem Rumschwerenden. Einen Punkt wollte ich noch sagen. Ja, und was ich auch dadurch gelernt habe, ist, einerseits ist es wichtig, mich auf das einzulassen, was für mich stimmt, was für mich sich richtig anfühlt. Das ist super wichtig, weil sonst hat es überhaupt keinen Zweck. Und das ist im Bereich der Musik gerade das Gitarre spielen und auch Klavier. Und der zweite Punkt ist, was dadurch entsteht, ist, dass ich eine Qualität in meinem Leben bekomme. Ich könnte die durch Cello spielen genauso erlangen, diese Qualität in meinem Leben von Musik haben, Musik machen, Musik sein, mich musikalisch auszudrücken. Und es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten. Nur ist es wie mit jedem Weg, den ich gehe. Ich kann in den Urlaub fahren und ich kann mir ein Ziel aussuchen und dann fahre ich da hin und mache die Erfahrung von Urlaub an diesem Ort. Und es ist gar nicht so wichtig, ist das jetzt dieser Ort oder ein anderer, ist das Mallorca oder die Philippinen oder Bali oder Kanada. Hauptsache, ich entscheide mich und mache die Erfahrung von Urlaub. Und so ist es, vermute ich mal, in jedem Bereich, Beziehung zu mir, zu anderen Partnerschaften, dass einfach in dem Moment, wo ich mich wirklich einlasse, entsteht eine Tiefe, entsteht ein Raum, es öffnet sich ein Raum, wo erst Dinge möglich sind, wie im Urlaub, wenn ich da zu Hause bleibe, dann gibt es keinen Urlaub. Das ist jetzt ein bisschen ein komisches Beispiel, aber ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will. Ja. Und es ist super herausfordernd. Ich merke es jedes Mal, eigentlich jeden Tag, dass sich wirklich auf sich selbst einzulassen, sich wirklich auf andere einzulassen, ist die größte Herausforderung, die ich mir vorstellen kann. Und gleichzeitig gibt es nichts, wo ich so viel lerne, wie dort. Das für heute. Ich freue mich auf Kommentare und weitere Vorschläge. Achso, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und alles Liebe aus dem Wald.